Was geht ab Leute, euer Frapses hier. Heute mit einem neuen Video. Heute beginnt die neue Season in Fortnite und wir werden uns auf jeden Fall alles anschauen, was denn da draußen in der Wildnis alles bereits geleakt worden ist und ich sag's euch wie es ist, es sieht sehr interessant aus. Auch wenn ich aktuell nicht wirklich oft Fortnite spiele, steht dennoch eine neue Fortnite Season an und ich sag's euch so wie es ist, ne. Aktuell sind die Server leider natürlich noch down, aber wir können schon einen kleinen Einblick haben. Ihr seht Freunde, hier sind ein paar hier unten. Leider kann ich das irgendwie nicht in groß sehen, keine Ahnung warum, aber auf jeden Fall gibt es ein neues Fortnite Bild. Hier seht ihr das nicht, aber hier unten könnt ihr das sehen. Das werden wir auch gleich natürlich im Laufe des Videos erkennen, aber was ich euch sagen kann ist, es gibt extrem viele Leaks. Wir werden uns alles anschauen. Battle Pass, dies, das, Ananas, hier und da, alles wird vorhanden sein. In letzter Zeit, Freunde, bis selber, ich hab nicht oft Fortnite Videos gemacht, sondern nur die Shop Videos. Das liegt einfach daran, mir war null Spaß mehr an Fortnite. Also wirklich, ich konnte das einfach nicht mehr sehen. Ich hab eine kleine Pause gebraucht, auch so ein bisschen zu viele Videos gemacht in letzter Zeit, wisst ihr wie ich mein? Dann dachte ich mir, ey komm, ich mach mal ein bisschen den chilligen ein, zwei Monate, bring nur Shop Video raus, ab und dann wenn ich Bock hab ein GTA RP Video. Aber das war's dann auch so, wisst ihr wie ich mein? Weil aktuell stream ich ja oft. Aber das ist ein anderes Thema, dazu werde ich noch ein separates Video machen. Aber jetzt ist eine neue Season da, jetzt ist die Motivation da, jetzt hab ich wieder Bock Videos zu machen und mal gucken, wenn es viele News gibt und so, werde ich auf jeden Fall immer wieder Videos raushusteln. Fangen wir doch direkt an, Freunde, das ist auf jeden Fall der Ladebildschirm. Nichts Interessantes können wir hier am Anfang sehen, wir gehen einfach direkt weiter zum Battle Pass. Ohne lang drum rum zu reden oder so, direkt zum Battle Pass. Also, wir sehen hier das Bild, 1199 Dollar, Neymar Junior, coming soon. Das ist der, ähm, wie nennt man diesen Skin? Wie damals, wo man Deadpool freigeschalten hat, wisst ihr wie ich mein? Da wo man ein paar Aufträge erledigen musste, oder, oder, oder. Und in der siebten Woche hat man den Bredan bekommen. So, wir sehen hier die ganzen Battle Pass Skins. Hier haben wir Lara Croft, dann haben wir hier so ein Splitter Skin, also von diesem Splitter Schmetterling und so. Hier haben wir so ein Skin, so bunt, bisschen crazy, ne Motorsäge als Spitzhacke. Hier haben wir einen Küken von der Küken Gang. Ihr wisst, Freunde, ne Waffe hat er hier, so ne neuartige Waffe auf jeden Fall, sieht interessant aus. Haben wir hier so Fade, aber in etwas anderem Look. Der Kollege hier sieht äußerst interessant aus, mit seinen Fähigkeiten und so. Interessant auf jeden Fall. Der Jones, wie unnormal wild, feiere ich. Ich hoffe, dass man den weiter aufrüsten kann. Der sieht ja noch aus wie so ein Bob. Ich hoffe, dass man seine Rüstung und so upgraden kann. Mal schauen. Sieht aber auf jeden Fall äußerst interessant aus. Was mir gefällt, ist, dass Lara Croft am Start ist. Es gibt sogar eine andere Version von der Lara Croft und die werden wir uns gleich nochmal anschauen. Es geht dann direkt weiter, Freunde. Das ist der Ladebildschirm von der Season 6. Ihr seht, hier ist ein neuer Ort. Das ist die Mitte der Map und hier gibt es dann wohl, weiß ich nicht, irgendwelche neuen coolen Orte und ihr seht schon, hier ist so ein bisschen herbstlich, so ein bisschen verfault. Wisst ihr, wie ich meine? Die ganzen Kosmetik-Items, sehr irrelevant. Hier nochmal der Ladebildschirm, ein bisschen größer. Aber ansonsten, Freunde, gibt es hier unterschiedliche Emotes. Skins werde ich auch nochmal gleich zukommen. Guck mal diesen Ort an, Freunde. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Hier ist ja normalerweise die Mitte der Map. Hier ist aber alles voll verfault. Immer hier so links und rechts lang. Guck mal, hier ist so eine Rune. Dann geht es hier lang. Da ist dann höchstwahrscheinlich... Guck, hier ist auch eine Rune. Also irgendwie so Runen sind da oder solche Türme und ganz oben ist dieser Nexus-Ball, ne? Und das Ding ist, hier wird halt alles verdorben. Ich denke mal, dass nach der Zeit hier alles auch ebenso verdorben wird. Und die Map wird sich ein Teil, denke ich mal, verändern. Dann haben wir natürlich noch Gleiter, Spitzacken etc. Juckt uns aber nicht. Dazu werden wir irgendwann ein separates Video machen. Wenn der Battle Pass draußen ist, zeige ich euch den so. So sieht die neue Karte aus. Interessant, zeige ich euch so, wie es ist. Und wie gesagt, die Map verfault langsam. Mal schauen, wie genau das Ganze entstehen wird. Oder wie genau das Ganze sich natürlich entwickeln wird. Was brauchen wir noch? Spawn Lobby ist nicht so wichtig. Es gibt neue Tiere IC. Ansonsten neue Superkräfte könnten kommen. Das Hoverbot wird wieder zurückkehren. Es wird ein Quest sein, wo wir hier so ein Schmetterling aufheben müssen vom Nexus. Es gibt Musik-Packs. Ansonsten hier Zero Point, habe ich ja gesagt. Der Nexus-Ball da. Der ist hier komplett in der Mitte. Und hier ist das Bild, wo wir auch zum Ladebildschirm haben. Und normalerweise, wie gesagt, sollte der Server langsam online gehen. Aber bei mir leider kein... Also die Server sind halt auf der PlayStation 5 noch nicht online. Wir scrollen ein bisschen weiter nach unten. Da sind auch noch mal ein paar interessante Sachen, die wir uns anschauen können. Also im Großen und Ganzen, das, was ich gesehen habe, sah nicht schlecht aus. Ihr seht hier, Lara Croft gibt es in unterschiedlichen Versionen. In Gold, in dieser ersten Edition von dem ersten Spiel. Da sah sie halt noch so komisch aus. Haben sie auch reingepackt. Finde ich ganz geil eigentlich. Es gibt viele Skins, die geleakt worden sind. Der Besucher in einer anderen Version ist wieder da. Der Gleiter sieht ganz cool aus. Das ist der kostenlose Gleiter, den man kostenlos erhält, wenn man den ersten Sieg bekommen hat. Ansonsten, ihr seht viele neue Waffen. Interessant auf jeden Fall. Exotische Waffen auch auf jeden Fall, die wir upgraden können. Mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Ein Bogen mit Raketenschuss, mit Feuermunition und, und, und. Äußerst interessant auf jeden Fall. Sieht richtig geil aus. Ähnelt auf jeden Fall. Rette die Welt. Musik, die Stars, neue Sprays sind am Start. Wie ihr sehen könnt, ansonsten, hier, diese Battle Pass Skins sind das höchstwahrscheinlich. Sieht echt interessant aus. Könnte aber auch sein, dass manche da, äh, keine Battle Pass Skins sind. Das ist das neue Starter Paket. Auch äußerst interessant. Richtig cool. Und das ist wohl der Fade Skin. Gibt es in unterschiedlichen Versionen, wie ihr sehen könnt. Und, ja, ihr seht vorne, neue Bundle wird es geben. Richtig, richtig geil. Also, das sieht cool aus. Bin ich mal gespannt. Ja, ähm, was soll ich euch sonst noch so sagen, ne? Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wir müssen einfach jetzt nur noch ein bisschen abwarten. Dauert natürlich ein bisschen, ne? Aber ich denke mal, dass jetzt nach und nach das Ganze dann langsam online geht. Wie gesagt, bei mir ist es noch nicht online. Leider. Aber so ist es nun mal. Ist ja gar kein Stress. Wir warten ein Stückchen. Und sobald dann die Server online sind, werde ich ein weiteres Video für euch schneiden. Und das wird dann auch eben so online kommen. Und vorher sollte es mit dem Video gewesen sein. Freunde, eure Meinung natürlich dazu gerne unten in die Kommentare. Wie findet ihr die neue Season? Wie findet ihr die Sachen, die jetzt geleakt worden sind? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Lasst ein bisschen darüber diskutieren. Wäre auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Und dann würde ich mich jetzt verabschieden und würde sagen, Freunde, wir hören uns dann soweit im Video. Äh, im nächsten Video. Haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Fraps. Und tschau.